Leute, heute sind wir zurück in einer freshen neuen Folge Minecraft und heute gibt es 120 Wege, um zu sterben in Minecraft. Oh, 120. Das sind ja aber 120 zu viele. Oh, ich bin schon Level 1, Ben. Du musst auch ins Level. Okay, ist easy. Da müssen wir einfach nur ertrinken. Gar kein Problem. Locker, lock ich alle. Ich platziere das hier und wir ertrinken hier einfach mal kurz. Oh nein, Ben, du darfst das nicht machen, weil sonst kriege ich ja wieder Luft. Nein, nur der... Achso. Oh, nur der letzte Tick ist entscheidend, Elina. Man verliert ja erst mal Herzen, das dauert jetzt ein bisschen. Ja, das dauert einen kleinen Moment, aber nicht loslassen, Ben, nicht loslassen. Ich kriege keinen Schaden. Warte, ich kriege auch keinen Schaden. Warum kriege ich keinen Schaden? Machen wir es richtig? Wir machen es komplett richtig. Wir kriegen anders keine Luft. Wir ertrinken, Ben, wir ertrinken jetzt. Ich habe viel mehr Luft als du, guck mal. Ich bin schon im zweiten Level, Ben. Komm rüber, komm. Warte mal auf mich, Elina. Ja, Moment, ey. Ich bereite dir was vor. Ja, eine Todesschall an meinen Spawn wahrscheinlich. Aber ich habe die Hälfte weg, ey. Vielleicht ist es soweit. Drei, zwei, eins. Oh. Komm, wir können die einfach ertrinken. Gebratene Füße, ey. Ey. Oder wie Ebro sagen würde, ey. Cringe. Ey. Okay. Level Nummer drei ist Helios. Okay, wir haben das hier in der Kiste. Das ist irgendwas. Jetzt wird es schon komplizierter. Heißt das irgendwas mit Feuer? Ist doch easy. Hier, wir platzieren Feuer. Wir platzieren das. Tada. Man kann es aber hier platzieren. Ja, man kann es auch einfach so platzieren. Aber wir hatten den Korallenblock und den wollte ich benutzen. Alter, Korallenblock anderer Versprecher. Okay, das ist auch super einfach. Guck, wir machen den. Wir machen auf schön. Toll Sandfire. Ups, verkackt. Zack, zack, zack. Bam. Ja, das ist auch super easy. Ich gehe in zwei vor, da kriege ich Double Damage. Oh ja, ich auch. Nee, ich glaube, das ist nicht so. Nee, ist nicht so. Level Nummer fünf sind wir schon. New York Mining Disaster. Oh, okay. TNT. Ich wusste gar nicht, dass es da so ein Desaster gab. Erina muss sich in die Mitte stellen. Jetzt? In die Mitte von diesem Teil. Ach so, okay, okay. Und du drückst auf die Druckplatte. Ja, ja, ja. Keine Sorge. Wir wollen ja alle TNTs nutzen, die wir hier bekommen haben. Los, Ben, schneller. Dauert ein bisschen, Erina. Das sind eine Menge TNTs. So. Jetzt warte. Zack, zack. Haben wir alle. Warte, eins noch. So, jetzt. Boom. Okay, okay, okay. Haust du rein, Ben. Lasst ein Like und ein Abo da. Sonst längst du gehen, euer Haus. Oh, ähm. Die ganze Map ist kaputt gegangen. Wir haben definitiv da andere Kasten kaputt gesprengt, Elina. Echt jetzt? Ich glaube schon, ja. Scheiße, Alter. Ich habe da definitiv was gesehen. Scheiße, scheiße, scheiße. Was ist das jetzt? Okay, was ist das hier? Der altmodische Weg freustrahl. Ah, ja, okay. Komm, wir machen einfach eine Treppe so auf ganz schlau angelegt. Und dann... Warte, du kannst die noch höher bauen. Ich kippe dir die Blöcke. Ja, aber wir haben... Achso, du hast genug. Höher geht nicht. Ich dachte, wir haben nur ein paar. Ja, dachte ich auch. Oh, okay. Aber wir kriegen ziemlich heftig wenig damage. Wenig, heftig wenig, ja. Okay, warte. Zack. Zack. Ich habe zweieinhalb. Ne, wieder zweieinhalb. Dreieinhalb. Ich habe Hunger zusätzlich. Das ist das Gute. Ja, ja, das habe ich auch. Dreieinhalb. Ich habe auch Hunger in Real Life. Fünf. Nicht ehrlich. Ich auch. Bam, bam, bam. Vier Herzen habe ich noch. Sechseinhalb. Ja, er ist da. Das ist schnell als ich. Boom. Bam. Level sieben. Die Hölle. Ist, glaube ich, auch ganz einfach, wie man hier sterben soll. Weil wir gehen einfach in die Hölle, finden entweder ein Picklin, ein Hocklin, ein Socklin, ein... Der geht schon vieler hart zu sterben. Oder springen einfach straight up in die Lava. Schade, ich wollte eigentlich in die andere Richtung schießen, aber ich bin zu früh gesprungen. Gravity Blocks. Oh, ja. Ah, ja, ja, ja. Ich nehme Sand. Sand ist mein Lieblings-Gravity-Block. Eins, zwei. Ich war schneller. Na, stimmt. Aber ich kriege mehr Damage. Hä, wie denn? Weil ich einen kleineren Skin habe. Ist das wirklich so? Nein, natürlich nicht. Das ist ja über unfair. Oh, Mann. Level Nummer 9. Redstone. Nein. Das kann noch werden. Aber hier muss man was mit dem Skulk-Sensor machen. Das ist gar kein Problem. Das check ich aber nicht. Dafür bin ich zu dumm. Also der Sensor sieht aus, wenn man läuft. Ja. Und dann? Dann machen wir hier Redstone. Ja, und dann? Dann machen wir hier ein paar Verstärkers. Ja, und dann? Du weißt gar nicht, was du tust, oder? Ja, natürlich. Und jetzt hier. Und dann machen wir ein paar Pfeile rein. Ah, Pfeile. Warte, warte, nicht aus. Entschuldigung. Habe ich als Köger gewesen, die übereinander zu bauen? Weil so bringt es ja jetzt gefühlt gar nichts. Aber egal. Aber eigentlich ist das auch kattig. Können wir? Können wir? Das ist viel zu aufwendig. Die machen das einfach so gut. Nee, ich kriege heftig Damage. Ich bin... Oh. Elina, bist du bereit? Bin bereit. Ja, das ist stark. Viel Spaß, das gleich selber zu machen. So kann ich doch. Gar kein Problem. Ah, ja, stimmt. Level Nummer 10. Wir haben den ersten Zehner in der Tasche. Warte, warte, warte. Da sind keine Pfeile mehr drin. Kannst du dich hochbauen und dann sterben? Boah, das ist so ein Riesen... Oh mein Gott, das ist... Drei Herzen, zwei Herzen, ein Herz. Boom. Bam. Okay, hier ist... Ah, okay. Das musst du aber wieder bauen. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Da muss ich... Da bin ich raus. Ich gucke mir meine Fingernägel an. Sehen super aus. Bring mal hier rein. Jawohl. Das muss ich aber jetzt für beide gleichzeitig machen. Oh. Drücken wir da ein Erdblock in dich rein. Aber warte mal, das geht so. Geht das so? Mal testen kurz. Mal testen. Mal testen. Oh, scheiße. Jetzt hast du aber ganz viel verkackt, Ben. Ah, den kann man schnell abbauen. Ah, hab ihn. Das ist, glaube ich, falsch. Wir machen hier die Challenge nämlich ganz anders. Eigentlich ist das, glaube ich, Einzelspieler. Aber wir machen das hier im Team, Leute. Was bedeutet, dass wir uns gleichzeitig killen müssen. Oh. Oh nein, wir sind so Idioten, ey. Wir sind solche Idioten, Ben. Wir sind solche Idioten. Nina, geht's dir gut? Ja, mir geht's immer noch gut. Aber das ist ja hier nicht das Spiel. Ja, man muss das so, ich hab's falsch gemacht. Okay, wir machen jetzt nur bei dir, Dina. Okay. Ich hab keinen Bock mehr hier wirklich. Weil es ist mir zu kompliziert, ja auch. Ja, hier mach einfach. Ich hab vergessen, dass man schwimmen kann. Ja, ich hab das irgendwie... Oh, ich dachte mir schon so. Das, glaube ich, haut irgendwie nicht hin. Irgendwas sagt mir, das haut so nicht hin. Ja, ich hab dir doch nur einen Kolben geschenkt, Ben. Oh ja, jetzt funktioniert's. Hat ein bisschen gedauert. Man braucht also zwei Kolben, damit es funktioniert, alter Schwede. Wie geht's dir, Dina? Ja, ich hab's. Ich hab's beengt. Ja, 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 aber war sehr entspannt. Oh, das nächste ist übereinfach, Ben. Einfach gegen Kaktus latschen, oder wie? Komm, ich mach den Kaktus Jump'n'Run, dann kriegen wir nochmal extra Fall Damage. Das ist echt gut. Kriegen wir gar nicht. Kriegen wir echt nichts. Echt deaktiviert in dem Level dann immer, ne? Du kannst nur diesen einen Schaden kriegen. Das ist ja crazy. Tada! Oh, das ist richtig einfach hier, das nächste. Einfach rumlaufen. Ja, ja, einfach rumlaufen. Ja, wirklich, warte, ich bin im anderen Level. Was? Ich bin bei Wither. Ich bin bei Wither-Blumen, Ben. Ich ist Level 12. 13. Ich war da auch bei 13. So, okay, dann hier. Äh, bin ich jetzt hier 13. Mir geht's nicht gut hier wieder. Oh, nein. Ich komm gleich, Ben. Ich komm gleich. Tierfarm. Ich weiß nicht, wo du da gelandet bist, ey. Bam. 14. Tierfarm. Oh, okay, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen das hier einfach alles. Ah. Wir Butterfly einfach. Ne Bockpfeufe geben, ey. Ne Boggy. Ne Buggy geben. Und jetzt haben wir sie gehören. Habt ihr auch in der Schule mal Bugpfeufe Buggy genannt? Nein, auf keinen Fall. Das ist anders. Das K-K-K-K-K-K join. Okay, das nächste. Alter, lass das im nächsten Podcast mal zuへhen. Ja, wir müssen mal so ein cooles. Aber auch so weird, dass das gar keinen Sinn macht eigentlich. Wir müssen, oh mein Gott. Da wird sie zusätzlich noch getriggert. Ja, ja, und bam. Oh, Wölfe. Oh Gott, oh Gott. Dabei bist du doch der Bo... Atlantis is calling. Ja, okay, das ist auch anders. Okay, meiner trinkt. Ne, sprünk. Warte. Delfine. Ich weiß nicht, was Delfine hier machen. Aber ich platziere sie einfach alle mal. Man darf nicht ertrinken, auf jeden Fall. Das ist verboten. Was, das ist verboten? Ja, ja, steht da. Ja, okay, man kann ja auch gar nicht ertrinken. Ist ja ausgeschaltet. Aber was? Das gibt ihnen das Spielzeug, glaube ich. Ja, aber Atlantisch. Oh, du hast irgendwie Schaden bekommen. Ja, ich die gehauen habe. Ach so, okay. Atlantisch. Ja, die greifen mal zurück an. Was? Nein, sie haben sich alle gekillt, Ben. Denn sie sind alle gestorben. Oh, nein, die Delfine. Oh, ich glaube, sie wurden alle gelöscht, damit es nicht so crazy lag. Naja, ich betitle das trotzdem als geschafft. Äh, umdrehen. Oh. Easy. Das ging einfach. Ja, ja, das ist, das ist. Wir sind noch so low level. Aber wir haben doch fast alles. Also wir haben ja so viele Sachen schon. Wir haben Feuer. Wir haben Wasser. Wir haben Fallschaden. Wir haben den Block erstickt. Ben, Ben, Ben. Wir haben Bären. Hier, mach das bitte für mich. Das ist so ein geiler Sound. Ey. Die stacken sich ja um. Oh, nee, warte. Ich muss, ich muss einen weiter. So, hier. Oh, das hat richtig heftig gezwirbelt. Ich muss ja schon Omega. Je höher, desto besser. Ja, ja. Eine Backe muss sie kommen. Oh, der war Omega. Yo, der war richtig krass. Schaffst du das auch selber bei dir? Klar. Oh, zack. Yo, anderer Profi. What the heck? Oh Gott, Ben. Das könnte jetzt ganz wild werden. Auch fürs Video könnte das ganz wild werden. Okay, wie tötet man sich hier jetzt? Okay, wie tötet man sich mit so einem Ding? Na, man kriegt auf jeden Fall Fallschaden damit. Aber man muss halt oben sein, sagt ich. Aber wie kommen wir da hoch? Haben wir eine Lytra-Urf? Nee. Boah, das ist jetzt gar nicht so einfach. Okay, das ist jetzt ein kompliziertes Deal. Aber warte. Wenn wir so machen. Warte, ich versuche mal was. Wir nehmen das und bauen dann hier. Ah. Ja, ja. Übelst du, ihr Lieber. Ich habe ein Fachabitur und deswegen bin ich schlau. Gold? Gold. Oh mein Gott. Gott, was passt denn? Soll ich? Okay, warte. Hier steht auf jeden Fall, dass in der Wand ersticken sehr gefährlich ist. Also wir müssen scheinbar... Ah ja, wir müssen hier einfach runterfahren, oder? Oder immer so hin, hin, her oder so? Oder hier so... Warte, ich probiere mal aus. Geh mal rein. Warte, ich könnte mir aber vorstellen... Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass wir so da runterfahren müssen, eventuell. So, hier so lang. Oh, Ben ist anders schlau. Ich will, ich will sterben. Ja, warte mal. Da brauchen wir diese ganze Konstruktion ja gar nicht. Ich kann es einfach einsetzen, Manuel. Geht zu übertrieben. Geht zu übertrieben. Ich höre die Rocker-Garretz war dafür. Bam! Sechs Stunden später. Was ist das hier? Robin Hood. Ja, das ist einfach. Das ist einfach. Warum geht es hier? Ben brennt. Ich kriege aber keine... Ja, Alter, du hast mir übrigens eine Backe gegeben. Oh, alter Schwede. Aquaman. Warte, ich muss mich selber erstmal killen. Ah, das ist geil. Warte, ich muss mich selber erstmal killen. Ah, es regnet jetzt hier. Ja, okay, ist cool, dass du das Level weitermachst, ohne dass ich mich gekillt habe. Ja, ich spiele weiter. Okay, den habe ich später. Ah. Ich habe den ersten. Du hast ja jetzt Stress, dass ich da selbst treffe. Bam, habe ich aber gemacht. Verdammt, bin ich im anderen Level. Okay, was haben wir hier? Aquaman. Und dann... Ah. Guck, Elina. Oh, wie cool. Iiiiuii. Bam. Alter, hat mich das gefeffert. Ich will das auch machen. Ich will das auch machen. Uiiii. Und tot. Hallo? Boah, warte mal. Oh, hier ist es jetzt aber... Ui. Okay, jetzt erst Vergiftung zwei. Warte, das weiß ich ganz genau. Geil. Und dann finishen wir mit Ausdörung. Ich glaube, die tötet oder direkt Schaden. Oder direkt Schaden ist auch krass. Ich trinke eine. YOLO. Okay, bin tot. Ich mache mit Ausdörung, Elina. Okay. Death Note. Oh, wir sterben bestimmt, wenn wir das hier reinstellen, oder? Ja. Wir sterben dann einfach. Irgendwann, das wäre wirklich immer so. Hä? Hunger. Hunger. Revelation 656. Was sagt das? Nein, jetzt ist diese scheiß Musik hier an. Aber ja. Oh, wir müssen schneller laufen. Komm, schlag mich, schlag mich. Dann sind wir schneller tot. Ach, ein Hunger. Wir sollen verhungern. Ja, ja, wir sollen einfach verhungern. Ei, Hunger. Steht hier. So, ich habe noch drei Herzen. Zwei. Eins. Ein halbes. Ja, schlag du mich, warte mal. Ach so, Entschuldigung. Nein, jetzt bist du schon verhungert, oder? Ich stehe hier wie ein Idiot. Tor, Gott des Blitzens. Oh, das ist wahrscheinlich ein cooles Level, Ben. Oh, du musst unbedingt hierher kommen. Guck mal, ich habe hier einen Blitzableiter und einen Dreizack, der Malti, äh, Malti, ach egal, der Mjolnir da, Schab. Warte, was müssen wir jetzt machen? Muss ich den hier ranhämmern? Boah. Okay, aber ich schätze, ich muss da rauf sein. Ein Herz, Alter, der hat anders gescheppert. Ich muss da rauf. Oh, der hat Ben getötet, nicht mehr. Der hat mir Überschaden gemacht. Oh Mann, jetzt funktioniert das hier nicht mehr bei mir. Nina, Mann, guck mal, ich kann dich sehen. Guck mal. Hier, nee, ja, hier. Ich sehe dich, hallo, Herr Sohn. Leute, ich würde aber sagen, wir machen in der nächsten Episode weiter, wenn es wieder heißt, verschiedene Arten, um zu sterben. Haut da rein, Leute. Tschüssi. Tschüssi.